Hallo und Herzlich Willkommen hier zurück bei Michael TV zu einer neuen Folge von Raft mit dabei heute der Mike Hallo der Benni Hey und der Mathis Bon Wir haben Kupferlangen Du wolltest ein Seil haben noch ne? Ne ich wollte eine Axt haben eine Seil habe ich dir gegeben Ja stimmt sowas Wofür brauchen wir eigentlich bei der Axt ein Seil? Keine Ahnung Achso vielleicht um zu Damm binden zwischen Metall und Schubbett Stab Eck hast du einen Auftrag schon gesehen einmal Flossen einmal Tauchgerät ok äh wo haben wir das denn? Anwesens Flossen Seetan Ah ne doch meine waren gerade äh Kunststoff Seetan dafür brauche ich eine Flasche habe ich das meine aber ha 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 was wir brauchen äh ich brauche fünf Seile noch und Kunststoff brauche ich Seile kann ich dir geben und Kunststoff kann ich auch geben Eiko Kunststoff hast du wirklich genug hier drüben in den Kisten ich weiß warum brauchst du es dann? Neuweil ich erforscht meine ersten Kupferbarren bisschen mal ein paar Planken aus dem Meer weil Planken ist grad ein bisschen mal gewartet ja mein Ziel für diese Folgen nicht sterben obwohl es gerade schon wieder scheiße ist weil ich gerade wieder vom Heil geknappert worden bin wow äh ich schwimm nicht zu weit weg ich brauche noch Seile ich hab dir gerade vom Heil gerade eingegriffen ich weiß nicht wer ja ich hab dir Planken reingelegt ich ich könnte ein bisschen bremst ich komme nicht hinterher ja ich brauche fünf Seile ja fünf ich hab dir das dann reingelegt du bist schon wieder bewusstlos ja was ist mir da reingelegt hä ich hab dir Dinger reingelegt ich hole ihn danke ja aber wie lange geht die Folge eine Minute und ich bin tot du solltest echt ein bisschen besser überleben Mike du musst beten dass ich nicht auch noch sterbe wieso weil der Heiler voller ist und ich noch einen Hit aushalte ja moin ne ich sollte nicht direkt wenn ich wieder beliebt wurde wieder ins Wasser springen merken nein du wirst was machen können aber ich habe einen Schrott gefunden oh 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 komm 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 ja Heiko was brauchst du noch Möwe ganz normal Möwe ganz normal Möwe gewandt da hast du die Möwe war extra auf der Vogelscheuche ach so Vogelscheuche funktioniert ja ich hab vorher schon eine wieder Katze angeklaut ja ihr könnt ja mal ein Vogelness machen wenn ihr es euch gemacht habt dann noch ganz oben zu mir so ähm du wolltest jetzt flossen und ich hab alles trocken vor ihm alles trocken vor ihm alles trocken vor ihm alles hergestellt um abholbereit bei mir ist es gerade unten ein Fernglas Fernglas füllt sich die Klasse eigentlich automatisch aus ich glaub schon Bolzen ich glaub schon Bolzen ich hab schon vier mal Glas oh haben wir noch Sand da ja hab ich noch so ich kann jetzt aber endlich mal in den dritten Ofen platzieren heiß heiß schmelze zack ich brauch vier Schrott und sechs Nägel okay wow ach schrott bitte ähm ich muss noch eine Aufgabe wo bist du äh bei den ach hinten bei sind wir mittlerweile bei der Insel nein da ich hab mir gesagt aus deinem Richtung sind weggetrieben wow aber haben wir jetzt äh habt ihr immer für mich acht Schrott ja weinen gleich vielleicht zwei ich bin grad an ne immer noch einen ich würd sagen wir gehen einmal schlafen ja gebt mir eine Sekunde eins und jetzt komm okay sag hehehe Gruppenkuscheln äh ah ich hab die Leiter nicht gefunden da wow ich hab die Leiter nicht gefunden ah jetzt aber wow ich würd das hintere Bett hehehe in irgendein Bett oh man oh ich brauch jetzt noch trinken aah na dann der Weg steht jetzt rein und ist schon wieder so ein Schwerzmöwe hier zack zack so trinken hab ich noch das ist gut wer hat ne angeklappert den Fisch da reingelegt wer hat was was wer hat ne Lacken angeklappert den Fisch da hab ich aufgelassen den hab ich dann angelegt weil ich kein ganzes geschafft hab als ob du so gut mit Nahrung aufgeschockt bist du stehst du gerne nach in der Küche aber gut du hast ne Tauchgeräte ja Benni du bist ja ein bisschen bei mir bestellt was willst du alles ganze haben Bogen und Fall das E hat nicht mehr hingepasst weil ja ich kann so sagen nur 6 Pfeil auf einmal machen ich soll dich du willst doch auch was zu tun haben oder nicht Bogen ist fertig ich kann kein Essen mehr machen ich kann kein Essen mehr machen in den Netzen sind ziemlich viele drin kannst du durchgehen wo sind die Projektile Hä? ähm damut der Bogen ist ganz oben damut geht echt gut Holz kann man noch verbessern aber künststoffbeuer für künststoffbeuer für künststoffbeuer in den Netzen hier drin wie viele Pfeiler willst du haben? ähm 12 also 2 mal gut ist fertig nochmal gleich nochmal gleich na schön dass die Planken hier rein wachsen äh die Palmen so Glas ist auch fertig gut äh da nochmal Sand rein also Nahrungstechnik sind wir wirklich sehr gut dabei ja bei der Schmelze läuft es auch Holz muss ich noch ein bisschen ausbauen aber es geht könnten wir hier vorne nicht eine Treppe hinsetzen das ist ein bisschen ätzend mit dieser kleinen Leiter hier äh könnten ja aber ob es Sinn macht den weiß ich nicht weil dann könnte ich meine Holzdinger nicht mehr ausbauen weil wenn ihr hier jetzt eine Treppe entbaut kann ich keine Holzdinger mehr da einbauen na wir können auch die Plattform erweitern ja nach hinten ich meine wir haben hier schon 10 Bäume wir können in die Richtung ja eng noch erweitern ja aber dann lass es koaderatisch bleiben also nicht nur so ein langer Stück sondern ein ganz mhm weil ansonsten wir jetzt Chaos mit Steuern und etc. also theoretisch sehen ja praktisch muss man halt gucken ich brauche Schrott ich brauche Schrott ich brauche äh als ob ich keine Samen mehr habe ich brauche dringende Insel ich brauche Schrott ich habe welchen glaube ich warte mal ich habe die Damen ich habe hier und ich habe einen kurzen Nägel ja wo ist sie hier oh und ich brauche jetzt mal kurz die Nägel ich brauche Wasser für meine Pflanzen ja wo ist sie hier oh ich brauche Wasser für meine Pflanzen auch war es auf eine Pflanze Mönchens Köln der Sonnach ich durm Prozent ich habe recht in der Küche ja im Visier die Bräuchte ich über diese Netze ja eigentlich schon ja von der Länder die Woche Holzenegel und Planken ganz unten wo denn er hat es aus ich bin im Erdgeschoss, wo? wo ist der denn? abgebaut, den haben wir hier ich weiß nicht mehr, keine Ahnung weil die hier irgendwo hinhänglich liegen ich hab einen neuen gemacht da nimmst du die Fässer mit, die gerade links vorbei schwimmen? ja, links schwimmen, Alter, ich hab zwei Fässer gesehen so, Überlebens-Tage, 22 haben wir da jetzt ein Kalender hängen so, jetzt wollen wir nur die Uhr und dann wollen wir nur zwei Schrott äh, Quatsch, Mike, wie viel Schrott hast du? äh, einen kannst du mir eben droppen? ja please, I don't, don't do it au! war in der Kiste da auf dem Schiff kein Schrott? einen ein Schrott war da drin? ja aber hast du oben? ne, ich bin hier unten bei den Pflanzen aber hast du vorher schon einen Schrott gehabt? ne, den hab ich dir gegeben gehabt er hat den Schrott nicht laut er hat den Schrott nicht laut er hat den Schrott nicht laut und dann geht's drinnen und ich zeig mal den Teppich auch nicht mehr hm wieso fehlt jetzt auch einmal im Dach? ja, ich brauch nicht keine Ahnung keine Ahnung, ich hab ja was für dich eh, den Teppich auch nicht mehr platzieren auch erlauben wo ist Fernglas bei ihm ruhig der Beziehung des Heimübers Prozent Fernlässt in der Flasche brauchen wir dafür Achso, ich muss nur einen Glibber haben. Als ob ich keinen Glibber mehr habe. Was? Aber ich habe noch Seetang. Kann ich den Schuh hier nicht platzieren. Seetang, renn damit. Ja, ich muss ein bisschen Seetang machen, damit wir wieder Flaschen machen können, damit ich dir das Fernglas machen kann. Ja, das gibt die Meinung. Ich habe noch meine Besserung. Ich gehe nach oben, mal gucken, so auf geht. Ist noch nicht schön. Oh, wir mal kommen. Ja. Hm. Das ist ein allgemeines Lager. Da ist alles gebraucht. Du hättest genau den Schirm machen können. Weil, warum nicht? Ja, weil, warum ist eigentlich die Leiter entstanden. Also, Heiko, hast du so ein Schlott? Ich hätte Schrott den Bräu aber selber. Was, Heiko? Kann ich ihn mir einnehmen? Nee, ich brauche den. Ich habe den bei mir im Inventar. Also, ich habe mal jetzt eine Manga bohr. Nee, ohne in der der Kiste ist das noch einer. Oh, den könnte ich gut brauchen. Heiko, ich habe dir eine Flasche in Dings gelegt, bekomme ich mein Fernglas. Ich brauche zwei Flaschen dafür. Heiko, ich bräuchte schon zwei Schrott und einen Bolzen. Was? Zwei Schrott und einen Bolzen, please. Ja, ich habe keinen Schrott. Also, wo? Ich habe jetzt zwei, vier Schrott, den brauche ich auch jetzt hier für meinen und einen Raum. Äh, warum ist hier eine Rampe drin? Oh, ist wo was? Warum ist hier ein Dach drin? Und liegt hier eigentlich ein Stilo. So, nochmal zur Planken bekommen. Oh. Oh. Hm. Ach du Scheiße. Aua. Was ist? Ist das ein geiler? Was denn? Was ist denn, Heiko? Warte. Kann ich denn hier platzieren oder was? Wir haben bis zu viele Kokosnüsse, wenn die wir an die Tür schauen. Wer hat die Kokosnüsse? 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 Ich esse jetzt mal zwei. War ich hab die Idee. Ich hab fast 50 Kokosnüsse da reingelegt. Haben die gerade? Oh. Ja. Ein, wer hat die Aboshorn vergessen. Wer hat da gerade das Fernglas? Ich habe noch keine's gemacht. Ach so. Ne, wie viel noch eine Flasche dafür? was die Flasche für Sonnengraß? Ja. Ich hab echt einiges an Kokos müssen. Ey, guck mal, der Raum ist jetzt fertig. Ja, siehst du aus. Warte mal. Sag, war mir gerade eigentlich. Ich weiß es nicht. Musst du, wenn ich fragen, die erst in der Steuermann. Das ist die nächste Folge, die wir aufnehmen. Was? Das ist die nächste Folge, die wir aufnehmen. Keine Ahnung. Fernglas. So, die Säte ist fertig für die Flasche, die letzte. Fernglas löslich schon mal raus. So, die Flaschen habe ich damit, dann Fernglas. Fernglas ist fertig. Ich hab mir einfach verloren. Oh, ich hab' mal reingucken. Dann guck mal da durch. So, ich hab' mal gut. Wir gucken mal da durch. Einmal linkslich. Linkslich. Oh, warte ich nicht, ich muss gut ausdach. Wenn ich jetzt hinunter schmeißt. Berlin. Ja. Das ist doch so, dass wir nicht so zu unserer Gunzen was? und schon erst einmal um den Wimpel hin dann siehst du wie die Welt die Windrichtung ja dafür braucht ich neige und dafür brauchen wir fort Prozent warum das nicht hab ich drei Nebel braucht zwei ja warte ich ich mach den Wimpel eben bloß das Problem ist wie viel die Planke gleich nicht nach oben hier das Problem ist bloß solange wir nicht überall die Fangnetze haben bringt uns nur die eine Richtung was Prozent ja es wird nicht so weit bekommen möchte ich dann das mann wirtschaften Papier hat ja ich bin ich brauche eine Planung ich habe nicht hingelegt er gibt es in der Mitte der Lärmste noch mehr da liegt auch 5 da gibt es sich damit wirklich weiter glaube ich möglich aber sieht einfach gut aus du kannst auch ein paar Blätter mehr rein zu tun ich kann ja alter kann nicht weiter kannst du mit platzieren ich kann nicht platzieren er hat ihr vornes kann nicht klopft weil ich nicht ab komm nicht durch okay aber diese folge ist auch schon dabei hier ist ich hoffe euch gefallen gerne live und auch ein abo da und sehen wir uns morgen zur nächsten folge wieder und bis dahin sagen wir tschüss und bis zum nächsten mal tschüss